Jo Leute, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe Easter Eggs Hunter. Heute findet dieses Easter Egg in eurem Apartment statt. Dieses Easter Egg ist halt im heißen Update draußen, aber nicht lange rumlehnen. Fangen wir direkt an. Ihr geht in euer Vorbereitungszimmer. Auf der rechten Seite findet ihr einen Kasten mit einem Magazin drauf. Dieses Magazin hat die Aufschrift Say My Name. Und Say My Name ist ein berühmtes Zitat aus der Erfolgsserie Breaking Bad. Also können wir davon ausgehen, dass dieses Easter Egg sich um Breaking Bad handelt. Ich blende euch jetzt noch ganz schnell den Hauptcharakter ein mit dem Zitat Say My Name. So Leute, jetzt habt ihr gefragt, gefällt euch dieses Format? Soll ich weitermachen? Ich habe schon in den Kommentaren gesehen, dass manche es schon jetzt feiern, obwohl nur eine Episode schon draußen ist. Also das mit dem Schneemann habt ihr echt gefeiert. Und ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Breaking Bad ankommt. Ich weiß nicht, ob ich es... Eigentlich muss jeder die Serie kennen. Also Leute, gefällt euch dieses Format? Wie immer einen Daumen nach oben. Schreibt es einfach in die Kommentare, Verbesserungsvorschläge. Ja, also dann lasse ich euch noch ganz kurz alleine mit dem Gameplay. Verabschiede mich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020